So Henry, also ich sag mal so, ich habe jetzt hier normalen Dingsbums hier, Hauptsache verbergende Stofftuch oder irgendwas, oder nehmst du Xon zum, dass du abhauen kannst, oder irgendeinen anderen, der hier diesen Wesia oder wie auch immer der hieß, hier der eine, das ist eure Hauptsache, du haust ab, wollen wir aufbrechen hier, das ist der Stufe 3, los, weiter noch, weiter, Ja, im Kampf jetzt los, oder was, so, der macht ja eigentlich nichts, ja, so, ja, Barriere wechsel, bla, 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 quatsch, ja, jetzt hauen wir einfach ab, verstecken, zack, und damit ist der Kampf doch schon zu Ende, glaube ich, ja, siehst du, und schon ist er durch, wieso kriegst du das mit Xon nicht hin, bist du blind, so, jetzt lade ich leider noch hoch, ja, so, ehrlich, Also, schönen Abend, du Henry, und mach das mal irgendwie so, wie ich das gerade gemacht habe, und, und, wenn du deine Ibarra genommen hast, dann nimmst du halt deine Ibarra, Hauptsache verbergende Stofftuch, hier, da kannst du abhauen, egal welcher Job halt, ist der Wurst, so, erledigt, so. So,